Ja, geht rein. Nicht? Nein, nein, nein. Genau. Genau. Und jetzt, äh, genau. Ja, der Moment ist ja besser. Ja, aber man sitzt in süßen Doofgarten. Ja, aber ich glaube, dazu geht das, oder? Insgesamt? Ich weiß nicht, dazu geht das, oder? Insgesamt? Ja. Was machst du hier eigentlich? Wir bereiten uns vor auf eine Flash-Mob-Aktion. Ja, zehn Jahre als wir und das Sanktionssystem hat sich ausgeweitet, trotz Proteste. Proteste haben nicht erlahmt. Von daher werden wir heute nochmal mit Protest ins Jobcenter tragen und gegen das Sanktionssystem in Bremen protestieren. Wir machen heute eine Aktion, Knecht Ruprecht hat die Schnauze voll, zehn Jahre Hartz IV sind genug. Das ist unsere Aktion. Dazu gehen wir zum Jobcenter, verteilen was Süßes für die Menschen, die dort anstehen und Knüppel aus dem Sack für das Hartz IV-Zwangsanschild. Hopp! Dann gehen wir zum Abdeck. Kalk eurem Bähigame-Kalken. Die Schnauze werden alle abgeholt. Monteck auf das Angell ist der Kampen. Das ist unser Kampen-Kampen. Schnauze ist in die Schnauze und in die Schnauze. Die Schnauze sind Kontakt auf die Schnauze. Am Arsch mit dem Schnauze stärken. Wir haben die Schnauze. Gäuze ist unter und spürt. Wir haben die Schnauze für die Schnauze auf dem Sack. Wir machen eine Aktion gegen Hartz IV. Zehn Jahre Hartz IV sind genug und wir wollen den Leuten zum Nikolaus hier was Süßes bringen, damit sie endlich mal was Gutes kriegen, weil ansonsten kriegt man hier auf den Jobcentern ja nur Druck und Sanktionen. Untertitelung. BR 2018 Wie war die Aktion? War eigentlich ganz gut. Es waren nicht ganz so viele Leute da, wie wir zunächst erwartet haben, aber die Leute haben alle gerne was genommen und die Security war ein bisschen verblüfft und so kann es weitergehen.